Alter, ich hab so Bock. Ich weiß schon, was ich da drin stand comprehend. Ich hab einen einzigen, nur meiner! G 1985, bitte lass mich da unten standen, bitte. Bitte, 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 bitte. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge Worms! Clan Wars! Heute wieder mit unseren Premium-Kontrahenten sepp, Peter, Jonathan und Chris. Hallo. Der Easy positives nennt sich nämlich immer zuerst. Jetzt überlege ich gerade, wo Berat dui denn hier? Der über dir links, den würde ich abschießen. Also ich glaube, ich setze mich hier hin, schmeiße die Wasserbombe da oben gegen, hoffe, dass die Minen mit runtergeschwemmt werden und euch töten. Tun sie nicht. Nope. Schade. Aber ihr seid im Wasser. Bei Gary ist doch eine Wassernäcke. Wie kann der Schaden? Der hat mehr Schaden gekriegt. Na, der hat die Explosion live mitverfolgt. Okay, meiner ist nicht unten links als erster dran, dann ist er schon mal scheiße. Unten links, okay, unten links, unten links ist meiner, Peter. Unten rechts. Ja, links rechts, Schwäche, kann mal passieren. Dieses Feuerfass, das ist auf jeden Fall nice. Wird auch oben links attackieren, Peter. Mit mal Wasserbomben. Lass Peter doch mal kurz ein bisschen überlegen, mein Gott. Ja, ich bin ja auch noch im Überlegen gewesen. Okay, lass Peter nicht überlegen. Peter, was du machst, ist Quatsch. Wieso fand ich jetzt nicht so quatschig? Oh, 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 oh. Siehste, du musst Peter in den Ohren quatschen. Damit er verwirrt ist. In den Ohren quatschen, dann wäre ich auch verwirrt. Wohin quatschst denn du? Okay, ich quatsch jetzt ins Mikro, aber in Peters Ohren. Ja, ich bin ja auch noch dran. Wer ist denn da gerade dran eigentlich? Der Taucher am Hals. Also dieses Feuerfass neben Peter, das könnte ganz schön Aua machen. Ja, das finde ich nicht so gut, aber das Feuerfass da links neben. Das hat eine Frechheit, da links neben. Aber das Blaue, das macht sogar noch viel mehr Aua. Ey! Genau das da. Was soll das? Was soll das? Das war auf das bessere Fass. Ja! Dann dreh dich doch mal zurück, Alter, du Otze! What? Ja, genau! Ja, der ist auch noch dran. Heiß hier. Kannst du direkt selber umbringen und dann ist es gut. Ja, mega. Bin ich mal hoch. Ja, da hast du dich mal ansatzweise. Und nur weil du weniger Leben hast, heißt das nicht, dass du leichter bist. Ja. Da komme ich nicht, oder? Das war überraschend. Oh, jetzt kommt der Wind. Oh, jetzt wird wild. Oh! Aua! Der war nice. Mit Effi. Autsch. Mit Effi. Ach, Wiggle, 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 Wiggle. Wiggle, 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 Wiggle. Du nimmst die mit die Flasche, ne? Willst du nicht auf... Was ist denn eigentlich Feuerwasser? Ist da ein geiler Schnaps drin, oder was? Also, ich würde ja eigentlich gerne das Leben haben, aber ich muss jetzt sagen... Achso, ne, Garnpowder steht. Ne, ne, das ist ein gutes Getränk, Peter. Kann man sich auch was schön gönnen. Ja, für die aber auch. Oh, jetzt aber nicht zu weit. Ah, ne, alles gut gemacht. Das ist ja langweilig. Boah, stehst du da gefährlich. Gut. Nicht so gut. Nicht so gut, da steh ich auch gefährlich, ja. Sehr gefährlich. Oh, 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 oh! Oh, da steh ich gefährlich. Scheiße, ich hab da unten einen Wurm. Oh mein Gott. Warte mal, ich hasse die Runde jetzt schon. Also, Peter, du könntest auch nur Jay... Mach einfach ne Miene rechts hin. Und dann fliegt er auf die andere Linie drauf und ist tot. Gut. Abgespritzt hab ich! Jetzt bleib ich hier erst nochmal so stehen. Solide. Ne, steh ich jetzt sicher jetzt erst mal. Jetzt schlecht, Alter. Doof. Boah, Jay hat noch einen 19er, das ist voll gut. Träger. Auch stark. Er weint ganz schnell rum. Also, mit einem Feuerpunch haust du ihn auf die Mine drauf, würde ich sagen. Oder mit einer Mine fällt er auf die Mine drauf. Kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht, dass er weit genug fliegt, leider. Ja, dann nimm ne Mine. Ja, lieber die zwei Links noch da unten reinschubsen. Ja, oder das ist fast. Nee, das find ich auch scheiße, verdammt. Aaaaah! Boah, Alter, lass vorher hoch. Oh, heiß, 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 heiß. Heiß, heiß, heiß. So, acht Damage hat er gemacht. Diese Fässer sind einfach insane stark. Geil. So, Jay, deine Chance. Das war ganz wichtig, ne? Oh, ich find immer gut, wenn Seile benutzt werden von Leuten, die nicht pram sind. Ja, find ich auch gut. Ja, okay. Das hat da einfach funktioniert. Das ist okay. Das ist okay. Ja, dat find ich gut. Dat würde aber nur einen Woment nehmen. Dat wird nicht mal mich da reinschummeln. Hahaha! Hahaha! Du kleiner... Ich hab halt kein Leben. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Damage an meinen Gegnern. Ja, ich spiele erstmal... Ich versuch noch auf Sieg zu spielen. Noch, noch, noch versuch ich was zu reißen. Peter ist schon ziemlich stark in dieser Runde. Muss man ja anerkennen, ne? Muss man ja anerkennen. Bloß keine Angriffsfläche bieten. Wind ist gut. Aufziehen. Ja. Ja. Nein! Wieso ist Peter nicht im Wasser? Ja, nee. Wasser find ich... Nee. Ich bin keine Wasserratte. Ich bin keine Wasserratte. Ich hoffe, Christian ist oben jetzt dran auf dem Berg. Uh, da würde ich nochmal weiter raufen. Ah. Wie machen wir das denn? Machen wir das damit? Das ist schlecht für Sepp. In der Hoffnung, dass wir den Blauen noch mitnehmen. Aber wenn wir Pech haben, bleibt der Grüne da. Egal, ich bin so weit vorne. Ich kann mir crazy Shit erlauben. Das ist jetzt richtig beschissen. Das ist insgesamt schlecht hier. Wer? Die Mine ist schon mal weg. Wer? Das ist richtig beschissen gelaufen. Wer? Da kommt jetzt noch so... Die drei Tropfen, die da kommen. Wer? Ja, die langsamen darunter... Wer? Nein! Oh mein Gott! Warte hin? Oh mein Gott! Jay rutscht! Jay rutscht! Das ist so lächerlich, ne? Und der letzte Tropfen, der kommt. Oh! Boah, hast du Lack. Oh! Wann heißt der Lack, Alter? Das ist unfair! So ne Scheiße hier. Christian, bist du sicher, dass ein Geschütz die richtige Antwort ist auf das? Kannst du ihn nicht mit Wasser runterspülen? Wie denn? Eine Wasserpistole auf den Boden und dann fliegt er nach rechts weg? Ah, oder so. Ne, Wasserpistole nicht! Oh Gott. Okay, das wird ihn nicht wegspülen. Noch mehr Wasser, ihr Ficker! Achso! Der Linksteil habe ich nicht... Die wollen nach rechts! Ahhhh! Wasser! Nein! Das sind so viele Tropfen! Das sind wirklich viele Tropfen, Jay. Oh, Jay! Kann dagegen arbeiten! Nein! Nein! Jay, renn weg! Renn weg! Ich muss ihn teleporten und fertig! Wasser läuft da entlang, ne? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Jay möchte ich dagegen teleporten, finde ich gut. 100%ig sicher, was Taktik hier ist. Ja, mit dem Teleportgun dagegen und dann rüber. Ahhhh! Ist doch, ist doch legit. Also für jetzt... Na klar ist er legit! Mein Problem ist jetzt, auf welchen Dudelsack gehe ich denn hier? Ach, ich kann Teleport-Tausch machen. Äh, wer ist denn jetzt dran? Da! Let's go! Okay, hier würde ich auch retten. Also ich habe mir überlegt, das ist doch keine gute Position da gewesen. Hm! Ich habe Glück gehabt, dass Peter verkackt hat. Sonst wäre ich, glaube ich, mit dem 130er dran gewesen. Oh, stimmt. Oh, schön mit dem Gunpowder noch. Herrlich! Das könnte dir auch noch was gönnen. Ach, ja, aber das ist nicht so ganz so wild. Alter! Nein! Nicht bei mir! Nein! What?! Nein! Oh, Peter! Mann! Ach du Scheiße! Was habe ich getan? Das war nice! Was habe ich heute verlaufen? Können wir jetzt mal auf Peter gehen? Hä? Hä? Sich verarschen? Pfff! 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 Schnappt nach Luft! Ach, Scheiße! Aber bitte auf Peter gehen, Alter! Ich raste aus! Ich muss mein Werk vollenden hier noch. Moment! Ja, mach doch nochmal Wasser, du Pisser! Als ob du auf den drauf kannst! Nee, ich bin doch... Eigentlich wollte ich das hier machen, aber... Das ist jetzt hier alles irgendwie so richtig... Hoffentlich verkackst du es! Ich wünsch dir, dass du es verkackst so sehr! Peter, das geht nicht! Das geht nicht! Hau! Schade! Ach, Scheiße! Wieso hat das funktioniert? Ok! Na ja! Okay, damit sind vier Fickwürmer nur am Start, Alter! Das Problem ist, ich habe nur noch einen Wurm! Ne, zwei! Aber denen geht es auch nicht mehr so gut! Teleportation! Nein! Da war die Mine! Was? Da war eine Mine in dem Wasser! Oh, Alter! Das war jetzt ein bisschen... Ungelaufen! Alter! Die kriegt weggerumpst, Alter! Nein! Oh, das ist Handlag! Ich habe die auch nicht gesehen! Boah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Okay! Boah! M-kiiii! Und dort wäre ein wilder Wurf. Achso, du willst mich da rausholen? Na klar. Ich will Peter da oben treffen. Dich da mal aus dem einen Ding da rausschmeißen. Achso, du meinst Peter? Ja, Peter steht doch da oben. Nee, da kriegst du den. Ah, nee. Das schaffst du nicht. Der ist jetzt wieder dran. Ist da ein Loch? Da ist ein Loch, ne? Da ist ein Loch. Wo ist ein Loch? Da links jetzt. Nee, ist kein Loch. Da geht jetzt der Sepp vielleicht rein. Kannst du gegenschießen. Das ist eine unsichtbare Wand. Nein. Gleich hast du es. Gleich hast du es. Ich glaube, zwei Versuche noch maximal. Ja, fast. Nochmal. Komm, try it. Oh, da... Okay, der Gegenwind, der war deutlich stärker, als ich dachte. Es ist deutlich stärker wieder herrlich. Das war ja los. Peter, kannst du nicht mal auf gelb gehen? Ja, also ja, theoretisch schon, aber du stehst so direkt neben mir, weißt du? Das ist so ein bisschen eine Sache, die mich stört. Soll? Boah, Alter. Was? Ich hab's halt gerade verkackt. Okay, der verdient. Ja, du hast halt verkackt. Der eine hat getroffen und dann hab ich den Null bewegt und dann trefft der andere nicht. Ja, weil er sich bewegt hat doch. Aber der Rückstoß hat dich nach hinten geduldet. Ja, Alter, minimal ein bisschen. Okay, ja gut, geh auf mich. Das hab ich verdient. Also TNT drauf. Dabei hab ich dich gestern noch gesaved bei der Scaf-Runde. Verdammt. Oh! In die Minen rein. Oh, nee, doch, nee. Oh, mein Gott, war das 10 von 10. Oh, Mist. Meiner ist tot. Leute, das ist noch eine Mine. Aber bis da kommt er nicht. Ja, bis da geschleppt er leider nicht. Nice. Nice. Ach, guck mal an. Jay kann endlich flüchten. Ich hoffe, das funktioniert, ne? Ich hoffe, das funktioniert nicht. Oh, ich. Ja, da bin ich so ein bisschen bei dir. Aber funktioniert noch nicht. Die Teleportation-Skills. Du hast noch einen Schuss. Oh, der Wind ist gegen dich, Jay. Ich weiß. Granate würde gehen. Ich wollte da rechts, ich wollte da die Ecke abbrechen. Ach so. Das hat nicht funktioniert. Okay, what should we do here? Shui, Shui, du, Shui, Shui, du. Peter. Also, wenn einer mein Gegner ist, ja, dann ich selber und danach kommst du. Ja. Ja, das ist auch was, was Christian mir versucht hat zu erklären und ich war dumm. Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Okay. Das war genau das, was ich wollte. Oh nein, das war's. Aua. Oh, 44. Oh nein, nochmal. Uh. Okay. Das ist das zweite Mal, dass der überhaupt dran ist. Der gewinnt. Der gewinnt. Wetten. Alle machen sich weg und der gewinnt. Der wird nicht gewinnen. Oh, Knöppchen. Ja, ohne Scheiß. Okay, jetzt müssen wir hier weg. Wohin sind wir nochmal richtig vollgesaugt? Richtig vollgesaugt. Wir gehen dahin. Dahin? Ach, Peter. Geht halt nicht. Ja, das ist echt doof. Das ist mir jetzt blöd, dass der da jetzt dran ist. Ja, aber ich kann wieder gegen 200 noch gegen 62 richtig was machen. Ja, wogegen kannst du denn richtig was machen? In 62er kannst du sowas tun. Das ist aber auch geil, dass Peter sagt, ich will nicht, ich finde das scheiße, dass du neben mir bist, aber er teleportiert sich halt neben Chris. Ja, nee, es ist scheiße, dass er jetzt gerade dran ist. Achso, das hat ja nur noch einen. Ja. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Reicht das? Nee, ne? Ah. Wie sehr wird Sepp mich töten? Der wird mich doch safe dafür ficken. Ich will dich doch nicht töten. Ich will Peter töten. Also da liegen zwei Minuten im Wasser. Also wenn du mich töten möchtest, dann möchte Peter töten. Hm. Mal gucken, ob es klappt. Zwei. Ach, warum? Jetzt kommt die Nummer wieder. Jetzt mach doch die 135 da oben. Komm, wir probieren das mal. Oh Gott. So steigt mein kleines Schäfchen. Da muss er ganz schön steigen. Nein! Mann, ich dachte, das kann so eine Rutsche werden, damit die dann irgendwie sich da in diese Wasserrutschen rein. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, wen ich töte. Ja, dann töte den halt. Das ist halt der nächste Gegner, der da ist. Was soll ich denn da machen? Das ist gar nicht so richtig. Ja, dann töte den halt. Okay. Oh, ein Holy. Die zu Peter werfen. Also ich kann das nicht, aber man könnte... Da oben drauf. Doch. Ich weiß, die Holy einfach auf mich. Da, da zu Peter. Da, in dem ersten Loch. Wie kann man treffen? Aber ich weiß nicht, wie hart er ist. Ich werfe sie vielleicht alle drei. Wenn du triffst. Wenn 200, glaube ich nicht. Ah! Da oben drauf! Lol! Scheiße. Das ist nicht gut. Das war ein guter Wurf. Hat aber bei 200 den wenigsten Schaden gemacht, glaube ich. Der am nächsten dran war. Ja. Okay. Aber gut. Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen gerade. In diesem Fight. Das Problem ist, Peter hat auf jeden Fall den besseren Spot. Okay. Muss ich auch mal was probieren. Peter kann auf uns runterkacken hier. So ungefähr. Der hat wahrscheinlich wieder voll die Knick in der Optik. Aber es könnte sein. Du Fotzenkorb, Alter. Wenn du Dynamit unterfallen lässt. Der Fotzenkorb klappen. Darf nur nicht rutschen. Der killt den ja nicht, oder? Weiß nicht. Tut weh. Und er ist niedriger. Jetzt habe ich einfach Fotzenkorb genannt. Absolut Freie. Ach du Scheiße, er hat einen Luftschlag. Er hat Armageddon? Ja. Nee. Ist nicht Armageddon auch? Du holst so ein Control Panel raus und dann let's go? Ja, ja. Das ist richtig. Da ist Armageddon drin. Also, Peter, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ist deiner da gleich dran. Keine Ressourcen verschwenden. Nein, ihr sammelt ihn nicht mehr ein! Oh Gott. Oh, ich dachte, der sammelt ihn dann vorhin. Ja genau, der hat Schein gekriegt vorher, my friend. Hade it! Huch. Alles nicht optimal hier. Die 130 da oben fickt mich. Okay, pass auf. Jetzt wird es wild. Oh Gott, ich komme nicht weg. Oh Gott! Ist doch okay. Ja, ich meine, es ist okay. Aber ich wollte besser wegkommen. Mega-Move, Alter. Er war echt nicht so scheiße. Geil, jetzt ist gleich mal eine 8 da dran. Ich weiß nicht, ob der nochmal dran ist. Er könnte auch sein, ob der absäuft gleich. Er ist besser, wenn er weggeblieben ist. Der besser, wenn er weggeblieben ist. Finde ich nicht so gut. Ja. Der ist so jetzt. Oh, jetzt kommt der Teleport! Das habe ich mir auch gerade als Exit-Plan überlegt, Jay. Das ist nicht so gut. Tja. Ich bin halt am Orsch, ne? Das ist nicht so gut. Mein Fehler laut mit der 185 steht und oben mit der 125. Das ist alles nicht so gut. Wie weit geht denn dieser komische Stahl? Wir gehen nicht schwer durch den Map, das kann ich dir sagen. Bis da geht er aber. Das reicht mir. Problem ist, die Banane wird uns gleich beide ficken. Nein! Oh mein Gott, ich wollte springen! Ist das dein Ernst? Oh, oh. Fuck die Banane. Oh Gott. Spüle mich einfach weg. Ja, hier, spüle mich einfach die Gerade runter. Ganz entspannt. Alter. Alter. Ich wollte da in die Ecke und dann andersrum starten. Warte. Welches Spiel hat auf Leertaste Item benutzt? Oh, 20 ist nicht so viel. Scheiße. Na, komm. Was machst du denn jetzt? Ah ja. Im Zweifel safe kill. Ja, töte uns einfach alle. Nee, Jay musst du killen. Jay ist first target. Boah, das finde ich jetzt immer schwierig. Mach mal höher und dafür drei. Drei? Eins, zwei. Kannst du dich Peter spitzen? Okay. Nur auf mich, du Pisser. Ist doch okay. Hallo? Ist doch okay. Hallo? Hallöchen. Da ist ja nichts passiert. Ich werde Zweiter. Okay, Jay, du hast die Wahl noch Erster zu werden. Ich könnte dir gegen Peter helfen. Ich werde sie einfach einen Stahlträger auf die Beine setzen. Klazacke. I like it. I like it, Picasso. Ja, weil Peter gewinnt, liked er das. Ja, ich like das auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sauf ab, ich sauf ab. Ich sauf ab. Wenigstens Zweiter. Scheiße. Ja, noch ist das nicht gegessen. Eine gute Banane von dir. Ich müsste, oh, das ist gut, dass da jetzt gerade eine Kiste gespawnt ist. Ja, das ist mega. Wir mussten das nutzen. Boah, ich kann da ja fast nicht drauf schießen. Das ist ja noch so viel Nippelscheiße dazwischen. Du hast Gegenwind. Und ich habe Gegenwind. Also ziehen wir ein bisschen höher. Ein bisschen mehr. Ah, so ist gut. Okay, er hat Damage gemacht zumindest. Nice shot. Boah, Mann, ey. Das war so dumm. Okay, ich probiere jetzt noch mal Bram gut zu vertreten. What? Wie willst du das denn machen? Das ist da hoch. Ja, nice. Ach so, da hoch, ja. Das brauchst du auch. Okay, ich habe noch was anderes gefunden. Wow. Nice, Bram vertreten. Das war mir stolz. Oh, du Wichser. Oh, scheiße. Jetzt kommt die Banane. Jetzt kommt die Banane, Peter. Ja, und bei mir ist auch gerade eine Kiste gekommen, die nicht so hundertprozentig optimal ist. Ja. Oh, das ist nicht gut. Ja! Verpasst man die Kiste? Ja! Oh, was? Boop, boop, boop! Scheiße! Peter, was ist das? So eine Kacke. Jay hat da gesagt, der spielt heute auf Sieg, also... Ja, klar! Hat er auch geschafft. Not bad, Alter. I try, get set here. Boah, nach dem Anfang, ey. Oh, Glück gehabt. Richtig gut. Stark. Ja, Jay hat sie alle gestompt und verdient gewonnen hier mit Skilled am Ende. Ja, mit dir, weil die Banane geskillt geflogen ist. Ja, das ist schon nice. Nee, nehm ich. Ist cool. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Worms. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.